Hallo, Servus. Hallo, Servus. Hallo, wir sind es wieder, die Herren, Wunderlich, also zwei Drittel davon, der Georg und der Herbert und der Josef Földleiter, die sind in Oberraudorf, wir dürfen ja nicht hinaus und ja nicht rein, deshalb schöne Grüße wieder nach Oberraudorf, Josef, bald sehen wir uns wieder. Bald sehen wir uns wieder. Heute haben wir ein kleines Experiment, wir probieren jetzt ein Lied, das wir schon lange nicht mehr gesungen haben, aber wir lassen es jetzt einfach laufen. Es kann nur Chaos werden. Wer hat das gesungen? Die können ja, oder? Ja, es kann nur Chaos werden. Ja, ist ja egal. Heute mit Playback, wie gesagt. Mit Playback, weil der Josef Földer. Dann starte ich mal, oder? Ja, probieren wir bald. Wir haben nicht vergessen. Haben nicht vergessen, ja. Ham. Ham. Heisser Sand und ein verlorenes Land und ein Leben in Gefahr. Heisser Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöne war. Kom. Komm. Ja. Wisst ihr du von. Ja. Komm. Komm. Heißer Sand und ein Verlustes Land und ein Leben in Gefahr. Heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es ein Maschine war. Heißer Sand. Schwarze Tino, deine Nina, danst im Hafen mit den Boys. Nur die Bählen singen leise, was von Tino jeder weiß. Heißer Sand und ein Verlustes Land und ein Leben in Gefahr. Heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. Heißer Sand und ein Verlustes Land und ein Leben in Gefahr. Heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. Heißer Sand. Heißer Sand und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land. Heißer Sand und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land und ein Verlustes Land. Also, am 10. Oktober gibt es dann die Herren Wunderlichen Kufstein wieder live zum Stadtzeug. Wir freuen uns auf euch und danke, dass ihr so lange ausholt. Danke, danke. Pusse. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020